Magst du loslegen? Hallo, ich bin der Josef. Hi, ich bin Julian und wir begrüßen euch herzlich an unserer Ideenfabrik im Spital an der Trau. Die Ideenfabrik ist ein Projekt, das wir beide verfolgen und Josef, erzähl doch mal, wie hat es dich denn wieder zurück nach Kärnten verschlagen in die alte Heimat? Na ja, wie du sagst, ich komme aus Kärnten. Bin für das Studium in Biomedical Engineering an die TU in Graz gewechselt oder gegangen. Hab dann allerdings bemerkt, dass das nicht das Richtige ist. Bin für das Bachelorstudium dann nach Wien, wo ich eben den Bachelor in Architektur gemacht habe. Aber für mich war von Anfang an eigentlich klar, dass ich irgendwann wieder zurück nach Kärnten will. Und bin für das Masterstudium dann eben zurück in Schöne-Kärnten, wo wir uns eben kennengelernt haben. Und ja, dass wir jetzt eigentlich abgeschlossen haben und jetzt eben gemeinsam verschiedene Projekte verfolgen. Unter anderem zum Beispiel die Ideenwerkstatt hinter uns. Aber bei dir ist das ja ein viel interessanterer Weg eigentlich. Wie hat es dich hierher verschlagen? Du kommst ja doch von weit her eigentlich und bist jetzt in der Provinz gelandet. Ja, ursprünglich wollte ich Architektur studieren. Das hat damals leider von den Noten nicht geklappt. Und dann habe ich in Niedersachsen mal was anderes angefangen. Energietechnologien an der TU Klausthal. Da habe ich aber festgestellt, dass es auch nicht meins ist. Und mich dann entschieden, dass ich erstmal eine klassische kaufmännische Ausbildung mache zum Immobilienkaufmann. Das hat Hand und Fuß, habe ich mir gedacht. So, da macht man nichts falsch. Das war damals eine spannende Zeit, weil es wirklich damals voll bei der Finanzkrise war. Und ja, man hat eben gesehen, wie es in der Immobilienwirtschaft läuft. Und habe dort eben auch gesehen, was da nicht so gut läuft. Und hatte dann eben den Drang, wieder mit Architektur vielleicht was zu verbessern. Habe dann in Stuttgart an der Hochschule für Technik, habe ich dann meinen Bachelor gemacht. Ja, ich wollte da aber nicht weiter studieren und mich dann entschieden, nach Österreich zu kommen. Also die Idee hatte ich schon tatsächlich länger, weil ich eben auch Wintersport begeistert bin und die Natur hier total schätze. Tatsächlich in Kärnten war ich davor aber noch nie. Also ich war eigentlich nur immer in Vorarlberg, Tirol war ich mal Skifahren. Aber ich habe dann mit einem Freund gemeinsam in Deutschland ein Gründungsvorhaben gehabt im Bereich modulare Architektur. Wo ich mich eben auch im Bachelorstudium schon hin orientiert habe, weil ich einfach sehe, dass wir in der Welt vor großen Herausforderungen stehen, was das Bauern angeht. Und dass wir über derartige Konzepte, die eben schnell und seriell gefertigt werden können, dass wir da eben Lösungen anbieten müssen in der Zukunft. Wir haben damals dann eine Standortanalyse gemacht und so bin ich dann auf Kärnten gekommen. Das war eben gut gelegen, Zentraleuropa gut angebunden, Trieste als erster großer Mittelmeerhafen, wo die Containerschiffe aus Asien dann über den Suezkanal hochkommen. Und da habe ich geschaut, ob man hier Architektur studieren kann und bin so auf die FH Kärnten gekommen und bin dann hergekommen, um mich vorzustellen. Und das war eigentlich von Anfang an sehr persönlich, familiär. Also es hat mir sehr gut gefallen und habe dann die Entscheidung getroffen, hier einen Master zu machen. Und ja, bereue die Entscheidung auch auf keinen Fall. Und du, du hast ja eigentlich schon, also wir sitzen jetzt eben vor der Ideenwerkstatt eigentlich, da warst ja du großteils der Initiator. Ich sage, ich unterstütze dich überall und wir machen eigentlich bis jetzt alles gemeinsam und machen alles gut. Aber du hast ja schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Also wie kommst du auf die Idee und was hast du bisher erlebt? Ja, ich bin nach Kärnten gekommen. Ich bin hier mit dem Wohnmobil eben gekommen und war viel draußen unterwegs. Ich habe dann immer einen Platz gesucht, um das Wohnmobil zu unterstellen. Ich bin dann eben auf diese Location hier gestoßen und habe von Anfang an einfach das Potenzial gesehen. Hier am Standort Spital, wo wir eben die FH haben mit dem Studienbereich Bau, also Bauingenieurswesen, Architektur, nachhaltiges Immobilienmanagement. Dass wir hier wirklich eine Fläche anbieten, wo man kreativ, handwerklich arbeiten kann, wo man an Ideen entwickeln kann, wo man auch was mal im großen Maßstab bauen kann. Und ja, ich denke, dass wir hier mit sehr viel weniger Budget für diesen spezifischen Fall, also dieses Bauen und so, da eben was ganz Tolles anbieten können. Naja, bei uns haben ja viele Zufälle eigentlich mitgespielt. Also der Julian hat ja nach seinem Bachelor ein kleines Masterstudium fortgesetzt. Bei mir war es so, ich wollte eigentlich nicht im Spital das Masterstudium absolvieren. Wobei ich jetzt im Nachhinein sehr zufrieden damit bin, aber bei mir war es eigentlich die Freundin, beziehungsweise mittlerweile die Frau, der ausschlaggebende Punkt. Weil sie eben in Kärnten einen Job bekommen hat und ich habe gesagt, okay, ich kann in Spital genauso Architektur studieren und dann komme ich nach Kärnten. Ich wollte früher oder später nach Kärnten, deswegen passt das eigentlich sehr gut für mich. Und da haben wir uns Gott sei Dank kennengelernt und haben jetzt mittlerweile eigentlich schon sehr coole, beziehungsweise verfolgen sehr coole Projekte. Genau, also vor circa zwei Jahren, wie gesagt, bin ich da angereist mit dem Wohnmobil zum Architektur studieren. Kannte niemand, das war so ein bisschen die größte Angst, die ich hier so hatte, dass man herkommt. Das war auch noch mit dem Corona-Lockdown in Deutschland, die Leute wirklich im Supermarkt fast die Köpfe eingeschlagen wie im Klopapier. Ich meine, das war hier anscheinend ähnlich, aber na, hier wirklich super tolle Menschen getroffen und mit dem Josef ganz speziell ein Menschen, mit dem ich super gern zusammenarbeite. Wir sind auf einer Wellenlänge und ja, einfach die Projekte, das harmoniert super gut und ja, wir haben da noch Großes vor auf jeden Fall. Also ich sehe den großen Vorteil hier an der FH Kärnten und speziell im Spital für den Bereich Bau, dass wir hier eben das Know-how und wir haben hier wirklich ein Fachwissen konzentriert, wir haben die Experten aus dem Bereich Bauingenieurswesen, wir haben aus dem wirtschaftlichen Bereich mit dem nachhaltigen Immobilienmanagement und dieses Gestalterische von den Architekten und das eben so konzentriert, dass man in dieser überschaubaren Größe wirklich intensiv zusammenarbeiten kann, dass man auch aus den anderen Fachbereichen Informationen mitnehmen kann und dass man hier eigentlich auch an sich die richtigen Werte vermittelt bekommt. Also wir haben hier eben den Schwerpunkt im Architekturbereich auch auf dem sozialen Bauen, wir haben das rurale Bauen, also ländliches Bauen. Wie geht man mit Bestand um? Der Bestand ist wahrscheinlich unsere wichtigste Ressource in der Zukunft. Wir müssen eben mit dem sensibel umgehen und gut umgehen und nicht alles abreißen und neu bauen, weil dann wird es in der Zukunft schwierig werden mit Klimazielen etc. Was generell in Kärnten super ist, also ich und die Schule natürlich auch, haben wir den Vergleich zwischen einer sehr großen Hochschule und jetzt einer sehr kleinen Hochschule wie im Spital eben. Und was uns sehr gefällt oder was wir sehr cool finden, ist die kleine Einheit, das Familiäre. Also man ist mit jedem per Du, man kann eigentlich zu jedem hin und fragen, hey, kannst du uns unterstützen, kannst du uns helfen? Und wir haben eben durch unser Ziegelprojekt, das sind noch eine Stufe weitergegangen. Also wir haben uns wirklich vernetzt, auch mit dem Standort Villach, mit der Gründergarage, mit dem Erich Hartlieb und der Petra Hössel. Und ich meine, wir haben da jetzt jeder Tagesnachtzeit uns melden können und wir haben immer Feedback gekriegt und Antworten gekriegt und haben zum Beispiel in der Vorbereitung für gewisse Termine vier Einheiten gehabt, wo wir wirklich Workshops gemacht haben, damit der Termin perfekt sitzt. Weil gerade in der Wirtschaft müssen die Termine immer optimal vorbereitet sein. Ja, also ich kann dir da nur zustimmen, so die Unterstützung hier ist wirklich enorm. Wir haben hier mit unserem Mentor, dem Martin Schneider von dem Standort hier im Spital, wirklich jemand, der uns da total gefördert hat von Anfang an. Ich habe damals eben aus Deutschland raus sogar schon von der Gründergarage gelesen, die halt in Containern in Villach vorm Baulabor ihre Büros hat, wo wir dann jetzt auch ein Büro bespielen. War schon mal so, okay, irgendwie ist schon cool und die Gründergarage war mir aus Deutschland schon ein Begriff und dann ging das hier aber sehr schnell und die Leute sind einfach super unterstützend. Und für die Erfahrung sind wir beide sehr dankbar auch und wissen wir sehr zu schätzen.